Timber, alles was die Sonne berührt, unser Reich. What about the dark place over there? We're gonna talk about that dark place, it's called Delperro. So, ich hab schon mein, guck mal, hier ist mein Blankarm-Rekruten-Shirt schonmal. Und warte, ich muss eben nicht hingucken, ne? Nein, warte doch! Verdammte Scheiße, du... Was denn? Zieht einfach blank, Alter. Die Mädels soll ja auch immer hier so direkt... Zieht einfach blank, Alter. Was ist denn mit dir los? Ich weiß, aber trotzdem sind Anstand. Was ist denn mit dir los? Nimm ich hier jedes Mal mit allen Officern hier unten oben. Wir sind, guck mal, gewöhnt. Bullis sind immer nur die Stereps eigentlich normalerweise. Ja, ja, okay. Was, Kera? Natürlich, das ist auch ihr Job als Officer. Machen sie das, natürlich. Und gerade wenn sie die kennen, natürlich. Warum haben sie alle angerufen? Wie machen sie das, klar? Das ist wichtig. Und auch, ähm... Wir haben ja auch noch Seelsorger und so weiter, ne? Ja, ich möchte auch telefonieren, schon wie die anderen. Ja, Herr Mosquera? Finde ich gut, dass ich das mache. Ich bin, was dir ist? Ich bin, was dir ist? Ja, ich bin auf Prüfungsfahrze. Ich bin, ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Ja, ich werde aber auflegen, weil ich bin am Fahrrad. Und so. Ja, ich muss auflegen. Machen wir das. Ja, ja, ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Perfekt. Tschüss. Tschüss. Ihr seid zwei Schweinehunde, echt. Denn ich wurde angerufen, ja? Und ihr macht extra hier so einen Quatsch. Wie bist du denn? Oh mein Gott. Oh, scheiße. Ich hab, ich hab, ich hab, okay. Okay. Einfach, einfach laufen, oder? Nee, der erstickt doch, oder was? Ja, einfach waterboarden mit Bier, komm schon einfach rein. Die Flasche. Ich kipp einfach über die Glatze. Ja. Komm, wir uns den Mund ein bisschen aufmachen, Nase zuhalten, Mund aufmachen. Und schlucken, einfach schlucken. Ja, 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 genau so. Genau so. Durchziehen, durchziehen. Soll ich weiter kippen, oder aufhören? Nee, aber aufhören, 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 aufhören. Dann geht's auf, Mann. So, Sie haben das Geld? Ja, wie viel war das noch mal? 24. Wait, wait. Ich hab da noch mal ne Frage, ha? Ja. Are you from Tennessee? Because you are only 10, I say. Ich bin aus Kanada. Ich bin da dran, Mann. Aber danke für den Engel-Vorscheid-Abend. Wichtig. Wait, wait. Ich hab da noch mal ne Frage, ha? Ja. Are you from Tennessee? Because you are only 10, I say. Ich bin aus Kanada. Ich bin da dran, Mann. Aber danke für den Engel-Vorscheid-Abend. Nee, 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 nee. Ja, gut. Und wer bist du? Ich bin Sixty, Mann. Sixty? Yeah, right. Okay, dann sieht man sich vielleicht. Ja, ich hab zwar nicht dein Number bekommen, aber die hab ich nämlich schon. Mit der 487 am Ende, H? Wir sehen uns. Äh. Haben wir beide auch noch Kinder zusammen haben, oder wie? Ähm. Bitte. Ich hab mich jetzt so heute Abend. Ich war sehr lange nicht hier. Ich dachte, ich mach heute angespannt noch einen kleinen Nachtschicht. Aber dass das diese Frauen annimmt, hätte ich nicht gedacht. Ähm. Gute. Äh. So. Ganz kurz das Funk aus meinem Begad. Scheißegal. So. Irgendwelche... Irgendwelche Allergien. Gleich Höhe LSR-Gelände. Novagin. Isst du von mir ne Aspirin? Okay. Weiterhin flüchtig Richtung Süden. Höhe LSR-Gelände. Dankeschön. Du musst im Gesicht. Nee. Das ist gut. Alles gut, April. Du hast die Kreuzung passiert. Weiterhin in Südwerte. Du musst im Gesicht rein. Äh? Ich will das so einen Anfall? Na warte. Wenn du das nächste Mal dich überhörst, sag ich so, wieso denn Annie? Oh! Warum ist unser Server so Mashallah? Warum? 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 Warum ist unser Server so... Jung, ich komm nicht mehr darauf klar. Jung, was machst du mit mir? Jung, mein... Jung, zerstört mein B-Finger-RP. Mein guter alter B-Finger, der alles war. Das war ein Skalpell. Das war hier... Jetzt hab... Ich... Jung, was machst du mit mir? Jung, du bist der Beste. Jung, das... Das hast du ganz toll gemacht. Ja, ne, ne, ne. Richtig cool. Richtig coole Sache. Richtig coole Sache. Richtig coole Sache. Ja, das... Nee. Äh. Ähm. Hermano? Was war das? Mann. Das ist super, wenn du... Ist doch zum Kacken zu doof. Oh, Mann, leck mich! Warte mal! Oh! Ah, du Scheißkerl! Aaaaaah! Ach du... Bist du komplett... Ach du Scheiße! Lecker! Ey, sag mal... Rotor, rotor, rotor! Immer vor! Du bist doch komplett bescheuert, sag mal! Ah!